Lupeol ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der zu den pentazyklischen Treiterpinnen gehört und zugleich zur Gruppe Alkohole zählt. Lupeol ist seit mehr als 100 Jahren bekannt. Lupeol ist als potenziell leicht verfügbares Malaria- und Krebsmittel mit geringer Toxizität für die medizinische Forschung von Interesse. Vorkommen In der Kapernpflanze Kretwanowala oder der Rinde von Birken kommt der Naturstoff Lupeol vor. Biosynthese Lupeol entsteht über die Zwischenstufesqualen letztlich aus Acetyl-Quar. Auch die chemische Synthese ist möglich. Wegen eines stereochemischen Problems ist sie aber etwas teurer. Wirkungen Lupeol zeigt in vitro antiprotozoische Wirkung gegen Plasmodium falciparum. Der Effekt ist noch nicht voll verstanden und wird weiter erforscht. Entzündungshemmende Eigenschaften wurden beobachtet und sind Gegenstand weiterer Forschungen. Auch eine Wachstumshemmung von Tumorzellen wurde beobachtet. Verschiedene Wirkungsmechanismen wurden nachgewiesen. Es wird erforscht, in welchen Fällen sich Lupeol als adjuvantes therapeuticum eignet. Die antimikrobielle Wirkung von Lupeol ist messbar. Hier gilt der Stoff als Leitsubstanz zur Entwicklung besser wirksamer Derivate. 2.